Ja, wir baden, wir planschen zusammen, wir gehören zusammen und jetzt springt sie gerade vom Zehner, das ist natürlich toll. Na komm. Das war die falsche Richtung, vom Zehner zu springen. Wir haben ein brennendes Dynamit in der Tasche, das Spiel ist gleich vorbei, ich warte einfach. Das, da hinten, dieser Schrei gerade, das war ein anderer Spieler, der Grim Tales versucht, ist jetzt ein Multiplayer. Ah, das Bettmodell habe ich auch zu Hause, habe ich bei Ikea damals gekauft, ist sehr bequem. Was ist denn mit der Tür hier los? Ah, die ist nicht buggy oder so, das muss so sein. Aber in Wahrheit sehe ich einfach nur einige Gegenstände früher als ihr. Hand aufs Herz, das ist einfach so und andere wiederum finde ich gar nicht, so wie ihr manche auch gar nicht findet. Hey, ich finde alle. Ich bin erst sieben und ich finde alle Gegenstände innerhalb von 10 Nanosekunden. Hab das Spiel nämlich neulich mal durchgespielt. Im Vorbeilaufen. Achtung, Achtung, Eric, Ameise von hinten. Achtung, Ameise von hinten. Alter, das gibt's doch gar nicht, der Fichser. Ey, das kann doch nicht sein. Ey, der Typ, der kotzt mich so an. Wer ist denn, wer ist das denn? Dieser verfickte Waldförster-Ficker, ey. Oh Gott. Boah, ne, dieser Ameisen-Hurensohn. Ich wollte es schon immer mal sagen, so, jetzt habe ich es gesagt. Ey, der arme Ameisen, Alter, der ist auch nur Spaß. Ne, Alter, der ist nicht arm, der ist nur Spaß, Digga. Der ist beidseitig Gehirn gelebt. Der schleicht sich immer von hinten an, wie so eine kleine Crack-Hure. Ey. Der hat sich aufrichtet. Ich mag den nicht. Alter, willst du mich verarschen? Ich würde sagen, es empfiehlt sich, das Spiel zu deinstallieren und das Spiel flüssig, um Probleme so im Klo runterspülen zu können. Das ist es doch. Alter. Das ist ja wohl ein Hohn, Freunde. Darfst du hier so ein NASA-PC stehen? Weißt du, dann kommt hier so ein Billow-Game daher und möchte, dass du die... Das ist ja unfassbar. Die Option haben wir uns geraten, wir sollen ein bisschen runterstellen, weil unser Rechner zu schlecht ist für das gloriose Mega-Spiel. Ach du Scheiße. Das wird schon wieder, ist nur eine Fleischwunde. Frikadelle hat Essen in diesem Mülleimer gefunden, es scheint noch genießbar zu sein. Ich habe ihr das nicht mal angeklickt. Oh, Blumen, die esse ich so gerne. Natürlich nur paniert, sonst haben die nicht genug Kalorien. Ah, Nase! Hase, Gernilchen! Ah, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Ich wusste es. Ich habe es genau unbewusst. Da unten ist wieder so ein Tampon. Möchtest du diesmal? Ne, mach ruhig, wir kriegen ja beide. Oh. Ähm. Oh, schön! Geil, hat sich voll gelohnt. Nichts. Das schauspielerisch gut. Entschuldigung. Okay, howdy, partner. Ah! Äh, ungünstige-perspektiven.de. Radioaktivichser. Was? Radioaktivichser? Steht hier, Radioaktivichser. Das ist wie Aktimel, nur viel abge... Und sonst so? Äh, ich kann trotzdem noch fliegen. Ja, ich bin eine richtige Schildkröte. Jo, jo, jo. Droaah! Ah! Alter! Leckt mich fett! Genau, fährt der Krankenwagen erstmal Passanten um. Action gereiche, action geladene Musik. Jetzt abschleppen lassen. Wow! Und mit einem super Abschlepp... Abschleppwagen, hallo? Hey, Abschleppwagen! Die Super-KI und Wegfindung! Ich vermute mal, bei der Programmierung der KI... Da wurden einige der Entwickler von der Polizei festgenommen. Für dieses Spiel. Screw Posi sagt gerade, was ist gelb im flatternden Wind? Eine Fanane! Hahaha, sorry. Da würde ich mich aber auch für entschuldigen. Und weiter geht's! Jo, nütz, die Kurve habe ich super gekriegt. Das war geplant. Was ist denn los? Und wer bringt einen Basketballkorb da oben und eine Treppe an, wo man einfach hingehen kann, den Ball reinlegt? Hilf mir. Hilf dir selbst. Das sieht irgendwie falsch aus. Ich kann mir nicht helfen, aber das sieht aus, als hätte der eher Spaß. Links. Ah! Hügel ist verfüfft! Das kann ihn doch nicht so stören. Ich bin nicht immer zu bisher. Ja. Alright. Now you've done it, kid. Ich würde sagen, das Spiel ist fast bugfrei. Und sonst, was macht ihr so in der Freizeit? Ich lade Detection-Balken auf. So ist ein Hobby von mir. Mach ich ganz gerne mal. Amerikas. Was ist denn Amerikas? Was ist denn Amerikas? Ach. Nord- und Südamerika sind also Amerikas. Kinder, geht spielen. Hier ist ein Wagenhebergriff. Mama, was kriegen wir zu Weihnachten? Einen Wagenhebergriff. Ich. Okay, Schal. Mit dem kann man sich ja erhängen, wenn man Wagenhebergriff zu Weihnachten kriegt. Mama, was kriegt zu Weihnachten? Den Schädel deines Vaters. Was? Was? Ich bin das glücklichste Mädchen in der Insel. Das wird jetzt natürlich nicht normal passi- Äh. Ach, die schmeißen mich doch gleich raus. Wegen Cheaten oder so. Hä? Hä? Wieso gewinne ich jetzt jede Runde mit den gleichen Glocken? Was ich jetzt noch mache? Ich laufe jetzt noch mal ganz schnell rüber ins andere Parkstück. Vielleicht gibt es da ja Hubbel. Oh, was? 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 Wie? Alter! Ich bin da auf ein Auto gesprungen. Da stirbt man nicht einfach so. Ich glaube, die Frikadelle hat gerade ins Essen genießt. Tränenmund. Alter, jetzt furzt ihr und wedelst noch in die Schüssel rein. Egitt, ist das widerlich. Oh Mann, Frikadelle. Die Arme müssten sofort links und rechts wegbrechen. Alter, da müssten noch Knochen aus den Ellbogen rausstechen. Bei jemandem Hüfttanz vollführen. Alter! Halt die Fresse! Mann, das Unnützeste... Tja, zaubern kann sie auch noch. Ich... Hallo? Sogar der Quit-Button funktioniert nicht. Selbst der Quit-Button funktioniert nicht. Das muss man erst mal schaffen. Und warum zieht ihr die ganze Zeit nur Striche? Der malt so einen Kreis hin. Der ist voll gruselig. Er ist schon gar nicht mehr da. Alter, ich komme mit meinem Truck bei dir vorbeigefahren. Alter, dann öffne ich dein Popoloch und mache eine Tiefgarage draus. Dann parke ich da bei meinem 12-Tonner. Und damit mache ich mein rechtes Bein. Hey, Gronkh, ich habe nur zwei Nanosekunden gebraucht. Dann war ich da durch. Das ist doch gar kein Problem. Eine Briefkastenfahne. Natürlich, die vergrabe ich auch immer irgendwo und mache dann ein X auf den Rasen, damit ich nicht vergesse, wo ich meine wertvolle Briefkastenfahne vergraben habe. Noch einmal in Urlaub fahren. In drei Tagen bist du tot, das wird nichts mehr. Ein letztes Mal ins Kino gehen. Der Hobbit läuft gerade. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Ja, da bin ich sehr froh, dass sie fragen. Dann sind sie bei mir auch an der Ritzinger-Adresse. Sie machen ja richtig, richtig viel für euch. Ey, das wird so super. Das wird einfach der Oberknaller. Mir ist ein bisschen schwindelig von dem Scheiß. Ich glaube, ich fall gleich um, aber ist mir egal. Ich kann meine Hände nicht mehr lange so halten, aber ich hoffe, es sieht cool aus. Wahrscheinlich nicht. Trinken wir da. Tun's mal zwei Vollmilch, ja? Mach's dir gute. Mit Fettrand. Lei Fang, ich Lei Fang mir mal eine ein. Die ist Chinesin. Ihr Hobby ist eine Aromatherapie. Zu meiner Zeit hieß das Bohnenpfanne. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch irgendwas. Und ich kann das eh nicht benutzen. Oh! Spielende. Ups. Achievement Ups. Wollte ich genauso machen. Ja, auch die Einkerbung. Wie beim Schlüssel original nachgedreht. Natürlich. Alles aus dem Kopf. Wir haben nämlich mit unserem Terminator auch das Schloss von der Tür gescannt. Und dann ging das schon ganz gut. Ciao. So bitte nicht in die Lava fallen. Ach, der lehnt sich da lässig hin. Guck mal, wie lässig der da lehnt. Erstmal ein Bier bestellen. Jetzt hat das Abflussgitter natürlich ein Computertastenschloss. Natürlich. Jeder Gulli in der Stadt bräuchte eine digitale Verschlüsselung. Ich gehe auch schwimmen mit meinem... Was macht denn der mit dem Kaninchen, Alter? Was macht denn der da? Alter, das arme Ding. Ich meine ganz ehrlich, selbst wenn man Kannibale ist. Man schmiert sich mit Blut voll. So beim Essen läuft hier hier Blut runter. Sind wir mal ganz objektiv. Da läuft der Blut runter. Auch auf die Brüste, auf den Bauch. Auch überall hinläuft Blut, 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 Blut. Wie kommt das Blut auf den Arsch? Setzt man sich vorher noch mit dem Arsch in die Leiche des Menschen und macht so? Wie kommt das Blut auf den Arsch? Also, wenn man zur Bank geht, kriegt man sofort 10.000 Euro Kredit. Das ist ja nicht schwer. Was ist das denn hier? Das ist sogar 100.000 Euro, wie ich hier oben gerade sehe. Nur, äh... Oder hier sind zumindest vier Punkt... Äh, vier Nullen hinter dem Punkt. Was für mich eigentlich 100.000 Euro sind und der Punkt ist falsch. Ja, da hat wohl ein Müllmann programmiert. Das sind alle, also die Herren Ben und Semir, wenn sie hier gerade so einen Kiosk auseinander nehmen. Ey, du hast dein Schutzgeld nicht bezahlt, Kollege. Wir sind hier gerade bei Freizeitjacken Sarrazar. Der hat schon wieder was falsch gemacht im Spiel. Deswegen wird er da hinten verbrannt von seinen Zuschauern. Der hat da irgendwas falsch gemacht im Spiel. Hat beim Rätsel zwei Minuten zu lange gebraucht. Deswegen wird er da gleich auch einen Schalterhaufen und so. Das hier sind die YouTube-Kommentarschreiber da unten. So ist das in etwa symbolisch immer. Oh, das ist ja ein cooler Vogel hier. Yo, was geht? Und der Vogel landet auf dem toten Vogel. Ist das... Welcher lebt denn hier noch? Klar. Was? Natürlich, natürlich. Er hebt einfach alles auf einmal. Nimmt die Hand. Oh. Der spritzt sich auch die ganze Hand durch den Arm. Du bist dritter. Dritter? Achso, du bist dritter. Tatsächlich ist der Tobi noch letzter geworden. Alter, der scheiß Bulle. Der scheiß Bulle fährt mich an und ich krieg einen Stern? Lass mal... Bleib mal stehen, Grad, Gronkh. Bleib mal stehen. Ihr Staatssystem-Tricks-Kack-Wichser. Ich zerfick euch in der Luft. Und zwar hinter diese Tür. Da bin ich bestimmt sicher. So wie er. Aha. Ja, das sieht ja schon mal sehr realistisch aus. Da ist die erste Scheibe. So sieht er aus. Das ist für uns mal probetesten. Der ist echt lecker. Der ist echt richtig lecker. Aber Toast alleine macht natürlich noch keinen Welthunger. Da, 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 da. Hör mal. Ich bin so gespannt, wie du das filmst. Das zerfällt so. Quack. Eke. Das ist voll eker auf dem Maul. Ist das geil. Ich finde das tatsächlich ekelhafter, als diese eingelegten Pflaumen in Arabien. Naja, dann kann man direkt mit eingelegten Pflaumen weitermachen. Ich hasse dich. Freunde, wenn ihr, ihr habt ja einen Wohnungsschlüssel wahrscheinlich. Viele von euch haben einen Wohnungsschlüssel. Ich hoffe, die meisten. Wenn ihr einen Wohnungsschlüssel habt, dann klebt doch einfach noch eure Adresse an. Denn wenn ihr den verliert, ist es gut, dass potenzielle Einbrecher wissen, wo sie diesen Schlüssel verwenden können. Am besten noch die Arbeitszeiten draufschreiben oder wann keiner zu Hause ist. Das wäre ganz gut. Das sollte man, das ist toll. Und Tom Kersten war dabei. Joachim Nitschke, Alexander Schack, Daniel Schäfer, Jan Müller, Michaelis kommt hier noch zweimal. Alexander Kraus überholt fast auf der Überholspur. Sebastian Schmidt ist auch kurz davor. Alexander Kraus, schon wieder Jan Müller, Michaelis, Ulf Müller, Simon Nguyen, Claudia Pötze, Sebastian Schmidt, Kevin Menz und der Jan Müller schon wieder. Stefan Köhler, Simon Guyen war auch schon mal dabei. Patrick Gehring, Torben Kohler, Alexander Kraus. Hallo, ich grüße dich. Ulf Müller, Kevin Niederils, Sebastian Osthof, Claudia Pötze, Sebastian Schmidt, Eduard Wolf, Eduard Wolf, Katrin Kurzbach, Philipp Masek, Eduard Wolf. Hilf du, alter Galo, du bist schon zum dritten Mal dabei. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, jetzt müssen wir alles normal machen. Aber ich habe es mehrmals probiert. Vergessen. Ähm, wir sind... Wir sind heute... Alter, sehr müde. Denn wir haben... Denn wir haben... Alter, denn wir haben... B! Scheiß B! Der kippt kein Bill. Das ist ein Rage-Game, ey. Bill! Ich muss eigentlich... Bill! Alter. Ich bin doch nur ein B. Bill! Fick Bill! Mach den Verfickten Bill! Bill! Schönen Spiel. Was passiert eigentlich, wenn ich hier mal so reinhacke? Gar nichts, okay. Tolle Idee! Tolle Idee! Scheiße, ich bin tot und hast ne Kiste runtergekommen. Nein! Die sind oben in der Inventarleiste, auch das Wallpanel. Alter, ich bin so bescheuert. Voll das Mysterium. Das Spiel ist kaputt, Alter. Wie können die sowas releasen? Mein Gehirn ist kaputt, wie kann man sowas releasen? Ey Mutter, pass mal auf, ich brech dir halt das Genick wie nen dünnen Bleistift. Knack, und dann bist du weg, ich verstehste, ich muss hier proggen, Alter. Ja, das wär egal, dann fress ich eben da. Gib auf dich 7, gib auf dich 8. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute wieder viele Kinder vor den Rechnern sitzen, was möglicherweise dadurch seine Berechtigung findet, dass dieses Spiel eine USK von 0, zumindest in der originalen Version, bekommen hat. Ich hoffe, ich konnte das mit einigen Entwickler-Kommentaren wieder ausgleichen. Ficken! Entschuldigung, ich hatte was im Hals, ähm. Oh, Alter. Alter, Bernd Gülke, warum? Die Panflöte! Jeden Sommer in der Fußgängerzone spielen die jetzt. Die haben seitdem keinen Gig mehr. Ich bin schon wieder eine Nacht und ich kann voll nicht schlafen. Ich bin noch so müd. Boah, ich hab auch voll scheiße geträumt. Darum bin ich aufgestanden, um an den PC zu gehen und erst meinen Beat anzumachen. Eure Comments machen süchtig, ich kann die gar nicht genug lesen. Mehr, mehr, mehr. Und wenn eure Nährgift wär, dann würden wir alle verwesen. Ja. Manchmal frage ich mich, wer bei Silbermot wohl die Texte schreit. Ich mein, da muss man schon Pilze fressen. Oder viele, viele Pillen schmeißen. Um so hirnrissige Scheiße auszuscheißen. Aber nichtsdestotrotrotz geht natürlich nicht. Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, dass ihr mich viewt. Vergesst das Real Life und schaut mir einfach zu. Jetzt schaut doch zu, wenn du das Beste, was mich abonniert. Es tut so gut, wie du mich viewt. Und jeder Blick ist für den Augenblick. Und jede Folge eine Ewigkeit.